In Summe arbeite ich mit sechs Teams, sechs Abteilungen unter mir und jedes Team ist halt anders und unterschiedlich, was den Job auch so spannend macht. Wenn man jemanden hört, der über die Firma Anton Bahr spricht, dann wird man nur positive Sachen hören und das Wir-Gefühl kommt einfach immer außer. Wenn irgendetwas zur Besprechung ansteht, dann wird das an sich sofort ausdiskutiert. Bei uns hat Team nicht die Bedeutung, toll ein anderer macht's, wir arbeiten schon zusammen und wenn jemand Hilfe braucht, dann kriegt er die auch. Man kann sich darauf verlassen, dass nicht hinter Rucks irgendwelche Hakeln geschmissen werden und dass wirklich Probleme gemeinsam gelöst werden. Es kann jeder mit jedem sprechen, wir sind alle miteinander bei Du. Es gibt keine Chefallüren bei uns im Haus. Das letzte Event, bei dem ich dabei war, war die Lehrlingsweihnachtsfeier letztes Jahr. Wir sind in die Losteria in Graz eingeladen worden und das war total schön.